Nein, 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 nein. 5, okay. So, ich habe da jetzt gerade nichts von gesehen, aber ich musste ganz kurz mal wegen der Dateigröße was nachschauen. So, und einen Messingbarren. Der gute Messingbarren. Ich wollte gerade sagen, Messingbarren haben wir hier. Ja, was jetzt auch eine geile Funktion wäre, dass man sagt, ey, habe ich das im Inventar? Wenn ja, dann bitte einmal craften. Aber gut. Das rein, das einmal drumrum. Und dann. Äh. Ey, hallo? Genau, den oben, den da. Dann da, 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 da. Okay. Ich habe die doch extra mitgenommen. So, zack, jetzt haben wir eine zweite. Und damit können wir jetzt nämlich hier den LV-Strom und den MV-Strom separat irgendwie abgreifen, wo wir Inhalt brauchen. Und das heißt, wir bauen jetzt einen kleinen Energiepark. Was nehmen wir denn da für Material? Wir zäunen den auf jeden Fall ein. Es ist ja mit dem Provisorium immer so, dass das länger hält, als man vermutet. Wo bauen wir den denn? Guck mal hier, das muss auch noch neu gemacht werden. Das muss auch noch neu gemacht werden. So. So. Ich würde sagen, wir bauen den am Strand. So weit weg von allen Gebäuden, oder? So, eigentlich müsste der ja irgendwo in der Nähe von anderen Gebäuden gebaut werden. Also der Energiebunker war gar nicht so blöd positioniert, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Ähm. Ja. Jetzt haben wir den umsonst weggerissen. Aber eigentlich war der ja okay. Gut. Ich hab ne Idee. Wir bauen den im Keller vom Holzfeller aus. Also alle, die mal später eingeschaltet haben und noch nicht alle Folgen geguckt haben, jetzt kommt ein kleiner Spoiler. Alle, die es schon kennen, können gerne weitergucken. Wir haben ja hier unsere große Halle. Da soll später mal alles drin sein an Technik. Ähm. Zudem haben wir hier unser großes Lager. Da soll später mal alles einsortiert werden. Und wir haben das nach wie vor noch nicht funktionierende Schleusensystem. Und wir haben hier auch noch irgendwie, äh, eine Möglichkeit. Also hier, äh, ja. Und hier gibt's dann eben. Ja. Weißt du Bescheid. So. Und wir gehen jetzt einfach mal dahin, wo es dann später nicht stehen soll. Nämlich hier. Und dann, äh, fangen wir mal an, mit den Zäunen uns einen Bereich abzustecken. Und wir gucken mal, dass wir hier die Dinger... Da sind drei von... Das bedeutet, wir haben den Strom von hier unten. Naja gut, vielleicht nicht mitten in den Raum. Machen wir hier mal an den Rand. Mh, ja, hier müsste passen. Ja. Dann haben wir hier eine. Dann haben wir hier eine Lücke. Und dann haben wir hier eine. Und dann haben wir hier eine Lücke. Und dann haben wir Connecten, die sich nicht... Nicht die falschen? LV. Äh, ich bin auch ein Idiot, ne? Oh, die, die, die... Die MV benutzen. Voll unnötig, dass das mit dem Schwert einfacher geht. So. Und die brauchen jetzt von allen Seiten fließendes Wasser. Mh, fließendes Wasser sperren wir im Zaun ein. Und zwar, hier ist das, hier. Hier ist das. Hier ist das. Hier ist das. Hier ist das. Die Switching Station, die kommt da drauf. Ah, die kann man eigentlich hier mit draufstellen. Und dann ist nämlich hier vor, ist dann zu. Okay. Wasser kommt da hier nicht durch. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Wir gucken gleich mal, wie das Wasser da fließt. So. So, oder was? Ähm, kommt man hier nicht mehr raus. Okay. Kommt man hier. Kommt man hier. Kommt man hier nicht mehr raus. Hilfe. Hilfe. Ähm. Wasser. Kann man hier in die Ecke gucken, oder was? So, dann geht die an mit 66%. Und wenn wir da noch ein Wasser rein. Hol mal, hol mal. Wir holen mal. So. Wir machen das ganz einfach. Wir nehmen das Ding einfach mit. Zack. So. Stellen wir dann gleich wieder nach oben, aber jetzt brauchen wir es erstmal hier unten. Ah, so. Hier ist er. Da ist er. Äh, da ist er. Zack. Und dann stellen wir hier, wo kommt das Wasser, kommt hier hin. Dann müsste die jetzt bei 100% sein. Genau. Weil von allen Seiten Wasser dran ist. Ähm, jetzt brauchen wir noch einen, den wir dann hier hin machen. und dann sollte das eigentlich passen. Ähm. So. So. Ups. Komm. Ja. Ja. Äh. 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 Moment. 97%, weil 100%, weil Wollen wir da hinten noch einen hin machen, oder? Wollen wir da auch noch einen hin? 97%. 100%. Ach komm, ganz ehrlich, das passt. So. Äh. Schwert. Dann haben wir den hier. Da haben wir jetzt 3560. Das ist, glaube ich, ganz okay für unsere Maschinen, die wir brauchen. Weil wir brauchen ja tatsächlich gar nicht so viele Maschinen, die im Dauereinsatz sind, sondern wir brauchen die ja nur, um die zu benutzen für... zu benutzen für Dinge tun. So, das machen wir jetzt hier auf der Seite auch noch mal. Ja. So. Und zwar mit dem anderen Strom hier, mit dem hier. Gucken wir mal, wie wir da die Maschinen drauf unterbringen können. Zack, zack, zack. Und die Station hier vorne. Ja. Ja. Ist egal. So. Und dann ziehen wir hier auch einmal den Zaun hoch. Und dann machen wir uns hier unser Loch, dass wir daran arbeiten können. Hier einmal Wasser. Und dann machen wir genau das Gleiche. Einmal hier hinten rein. Na komm. Hier hinten rein. Hier. Hinten rein. Ich wollte gerade sagen. So. Dann einmal hier vorne rein. Beziehungsweise... Wir machen da mal hier hin. Hallo. Und einmal... Da ist noch ein bisschen wenig, ne? Hier muss auch noch einer hin. Wieso hat denn der nur... Ach, weil der von der Rückseite nicht gedingst ist, ne? Guck mal, hier hat der nämlich eine feste Wasserquelle. Das geht natürlich nicht. Der muss hier hin. 66. Guck mal, jetzt hat der nämlich hier auch eine... Warte, 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 warte. Ja, 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 ja. Ähm. Wir gehen hier hinten einfach einen raus. Dann haben wir einmal... Äh... Einmal... Einmal mehr... Platz zum Arbeiten. So. So, und die Wasserquelle von hier kommt nach da hinten. Nach da hinten. Die von hier... Das ist jetzt eine feste Wasserquelle. Ja, ja, das ist so. So, so. Leck mich doch mal am Arsch hier. So. Äh... Hallo. 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 Danke. So. Ja. So. Ja, guck mal, die ist nämlich 100%, weil die jetzt von allen Seiten, äh, umströmt wird. Dann kriegt der... Hier. Da ist nämlich... Ja, gut, 97% kommen, egal. Und einmal brauchen wir noch für vorne. Und zwar... Hier. So. 97%, 97%, 100%. Wo jetzt die 3% fehlen, keine Ahnung. So. Damit haben wir jetzt nämlich unseren Strom. So, dann haben wir hier nämlich auch nochmal einen Strom. So, jetzt machen wir einen Kurzschluss. Nö, passiert nix. So. Da können wir nämlich jetzt unsere Maschinen anschließen. Äh, die wir natürlich noch bauen müssen. Und, äh, wie viel kriegen wir hier? Guck mal, hier kriegen wir 500... Na, wir gucken mal, was wir an Maschinen brauchen. Ja, dann haben wir das zumindest schon mal. Ja, und dann, äh... Jetzt muss ich doch nochmal auf meinen schlauen Plan gucken. Ähm... So, ein... So, ein... Alloy vorne ist... So, ein... Grinder... Alloy, Grind... Kraft, Alloy... Guck, guck... Kraft... Grind... Compress... Also, wir brauchen einen Grinder, einen Compressor... Und einen Extractor brauchen wir, glaube ich, auch, ne? Compress... Kraft... Compress... Grind... Also, ein Grinder und einen Compressor. Wir gucken mal, was wir haben. Also, wir haben einen Grinder. Der ist auf jeden Fall schon mal gut. Den brauchen wir auf jeden Fall. Ähm... Haben wir gesagt, einen Compressor brauchen wir noch. Der... Ja gut, was auch immer. Ähm... Dann nehmen wir auch einen... Einen MV... Einen LV... Wir haben so wenig LV, ne? Wir nehmen mal MV. Ich hasse diese Rezepte! Das ist doch wieder... Ey, ganz ehrlich... Ja... Ja... Gut, wir hangeln uns mal langsam und in Ruhe durch. Alles gut! Wir hangeln uns da jetzt mal ganz entspannt durch, was wir alles machen. Wir... Wir arbeiten uns einfach Schritt für Schritt dran. Silberbarren... Äh... Und Spulen. Haben wir Silberbarren? Chrom... Stoll... Messing... Stainless Steel... Silber! Ja, guck mal, wir haben Silberbarren. Und wir haben... Hiervon. So. Zack. Da haben wir nämlich das schon mal. Das haben wir, das haben wir. Das können wir machen. Hoffe ich zumindest, dass wir das machen können. Ja, das können wir gleich machen. So. Drei, vier, fünf, sechs, sechs, sieben, acht. So. Dann haben wir das. Der, wo kann ich sagen? Wo ist das Zeug hin? So, dann haben wir den. Dann haben wir das Casing. Das Pisten gucken wir gleich mal ein einfacher Motor. Ja, einfach. Leck mich am Arsch. Einfach. Miese Kristallfragment. Spulen mit Kupfer. Oh ja, Spulen mit Kupfer können wir auch machen. Miese Kristallfragmente. Gucken wir... Ah, der hat Glück gehabt. Kupfer, Dirt, Dirt und Plastik. Kunststoff hatten wir doch hier auch gehabt. Äh, hier. Ne, hier. Miese, Kupfer, Plastik. Na, das kriegen wir wohl hin. So. Miese. Kupfer. Plastik. So. So, so. Ne, irgendwas ist falsch. Die Spulen, ne? Nicht die Barren. So, so. Zwei Motoren. Ja, dankeschön. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt müssen wir noch die Pistons machen. Die Pistons, die gehen zum Glück relativ einfach. Sagte er und hat schon das Rezept vergessen. Äh, ich bin auch ein Idiot, ne? Genau. Firma Kobbel. Einen davon, einen davon. Ich glaube, das... Es ist noch so ein bisschen irritierend, dass die Rezepte jetzt hier direkt verfügbar sind, ne? So, Firma Kobbel. Bei der Gelegenheit, vielleicht mal ein bisschen Erde wegschmeißen. So. So, Miese und Technik hier einfahren. Und Holz hatten wir hier drüben gehabt. Und dann, 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 dann. So. Ähm. So. Und dann stecken wir das Ganze mal zusammen, ne? Dahin, dahin, dahin. Dahin. Dahin, dahin. Äh, dahin, dahin. So. LV-Kompressor. Äh. LV-Grinder. LV-Kompressor. Ah. LV gibt so wenig, ne? Wir brauchen... Wir haben bei dem anderen, haben wir viel mehr. Wir machen, wir machen, wir machen. Wir machen den hier. Stainless Steel. Viermal? Ja, wir machen den. Äh. Gut. Glück gehabt. Medium Voltage. Mit Carbon Steel. Okay. Äh. Guck mal hier. Carbon Steel. Genau. Das umgedrehte T. Das heißt, da und da. So. Diese Rezepte machen mich so fertig, ne? Ich kann mir die nicht merken. So, zwei haben wir schon. Das heißt, wir müssen nochmal zwei machen. So. So. Und das Ganze müssen wir mehrmal machen, mehrmal, 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 mehrmal machen. Ähm. Dann so. Dann so. Ja. Dann so. Ja. Dann nochmal das Ganze. So. Die kann man dann auch wieder wegtun. Dann. Fiber, genau. Fiber haben wir noch. Und dann bauen wir das Ganze mal zusammen, ne? So. Medium Voltage. Die Tubes. Haben wir denn schon Tubes irgendwo? Tubes haben wir drüben, ne? Tubes haben wir drüben. Hops. Gehen wir mal einmal rüber. Hier haben wir Tubes. Sehr gut. Und dann haben wir, glaube ich, alles, was wir brauchen. Und dann bauen wir das mal zusammen, das Ganze. So. Die anderen Rand. Eine Tube links, eine rechts. Dann einen hier von rein. Äh, ne. Genau. Den hier unten hin. Und den LV-Kompressor hier oben rein. Und dann haben wir einen MV-Kompressor. So. Dann schließen wir das nämlich jetzt an, wo wir gerade schon mal hier sind. Und dann gucken wir mal. Also. Hier ist EU-Bauer. Bauer. Bauer. So. Ziehen das hier mal ein bisschen länger, das Ganze, ne? Keine Ahnung, wie viel wir dann tatsächlich brauchen. So. Dann haben wir nämlich hier unseren wunderschönen. Kompressor, Junge. Kompressor. Und dann haben wir nämlich hier drüben. Unsern Grinder. So. Der kann grinden. Mal hier. Kann der, kann der Barren grinden? Der ist active. Ja. Ah, verdammt. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel der braucht. Na ja, gut. Ähm. Dann. Tip, tip, tip. So. Kompressor und Grinder. Und. Alloy. Genau. Alloy. 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 Dann machen wir auch hier. Da haben wir so viel Power von. Also dann. Ja gut. Wir müssen eh einen davon craften. Aber gut. Das Rezept ist relativ simpel. Aber es ist teuer. Gut. Ja. Wir. Wir machen das. Wir müssen es sowieso machen. Also wir ziehen das jetzt einfach einmal durch. Äh. Eine Stunde läuft die Aufnahme jetzt schon. Wir ziehen das jetzt einfach einmal durch. Dann haben wir es fertig. Und dann kommen wir uns in Ruhe drum kümmern. Ähm. Die ganzen Materialien herzustellen. Für den ganzen Solarkram. Und dann haben wir dann endlich Strom. Den wir unendlich gut benutzen können. Na. Batterien brauchen wir auch noch. Ähm. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Walte deines Amtes. So. Ein Messingbarren. Ja gut. Wenn man dann erstmal drin ist. Geht das dann. So. Zack. D-d-d-d-d. Düm. 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 Dann haben wir. Krass. Kupferbarren. Ich bin auch ein Idiot. So. Dann haben wir den fertig. Dann brauchen wir Ziegel. 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 Popigel. Haben wir denn da noch welche von? Guck mal. Wir haben noch Ziegel. Das ist doch aller. Allerliebst. Verwussten wir die mal komplett. Da kann man wahrscheinlich auch noch wieder welche draus machen. So. Genau. Ein unten rein. Das Casing rein. Und einmal drum rum. Und dann haben wir den Alloy-Furnace. Und den Alloy-Furnace benötigen wir dann hier an der Stelle. Stainless Steel. Der Stainless Steel war wieder irgendeine Scheiße, ne? Hm. 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 Äh. So. Carbon Steel und, äh. Chrom. Und wir haben ja einen Alloy-Furnace schon da. Das heißt, den nutzen wir einfach mal. Wir arbeiten uns da jetzt mal langsam dran an die ganze Geschichte. So, das heißt, wir verlängern hier jetzt erstmal unseren Technik-Kram. Und dann stellen wir den guten Ofen, den wir jetzt haben, hier hin. Und dann sagen wir Carbonsteel und Chromium. Ich habe keine Ahnung, wie viel. Gut, dann springt er an und der zieht 300. Okay. Okay. Okay.